ciao leute in einem der früheren videos habe ich selbst nahe beim schneiden gesehen wie heftig das doch ab und zu mal ist dass man die fingerabdrücke auf dem display sieht insbesondere wenn man in den nacht modus wechselt dort sind die fingerabdrücke sofort zu sehen und ich habe mir überlegt was man dagegen tun kann und da ist mir folgendes eingefallen man könnte doch ein screen protector nehmen der verspricht nämlich genau dem entgegenzuwirken weniger es wird zwar weniger glossy das ist jetzt eine mat ausführung man sieht aber so gut wie keine fingerabdrücke mehr ich versuche euch mal vorher und nachher sowie ein bisschen was von der installation von diesem screen protector jetzt zu zeigen sofern es mir jetzt auf anhieb gelingt und danke schon mal dass ihr vorbeigeschaut so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.